Ja, und somit wieder ein recht herzliches Hallo zu Elenoir. Ja, im letzten Bad, so umzogen haben wir sich auch wieder. Wir probieren mal alle Sachen hier durch. Ja, einen abgestellten Wagen. Schauen wir uns kurz das Protokoll an. Captain Gordon Leary, der Wagen des Konsuls. Das ist unser Auftrag hier. Okay, machen wir es kurz. Der Bezirkstaatenwald wartet schon. Phelps, Pukowski, wir haben da einen brandneuen Backguard, der verlassen auf einem leeren Grundstück an der 2nd Street zwischen Oliver und Grant steht. Gemeldet von einem Oswald Jacobs, er sagt, der Wagen wurde in einem Hinterhof abgestellt. Ein Officer ist vor Ort. Fahren Sie dorthin und gehen Sie der Sache nach. Irgendwelche Fragen. Gut, dann los. Ja, neuer Ort. Jacobs Hinterhof, verlassenes Fahrzeug. Oswald Jacobs, wichtige Person, Jacobs Hinterhof. Untersuchen. Das werden wir schon jetzt auch hier drinnen haben. Wir sind noch in dem Verkehrsabteil und genau, der Wagen des Konsuls. Auswald Jacobs, Auswald Jacobs, Zeuge mit Meldung vom Tatort. Hinweise, verlassenes Fahrzeug. Okay, haben wir natürlich kein Foto drin noch. Ist klar. Dann kommt's Hinterhof. Können wir gleich das aktuelles Ziel markieren. Hallo? Können wir markieren? Können wir nicht markieren. Okay. Macht nix. Was ist denn da mit Schatten? Der gefällt mir irgendwie nicht. Hat sich da irgendwas verstellt? Sorry. Wir schauen kurz rein. Nö. Müsste eigentlich alles auf dem Maximum sein. Leistung? Nö. Qualität. Ist Qualität besser als Leistung? Oh ja, Qualität. Dann leidet die Leistung darunter. Moment, abbrechen. Änderungen übernehmen? Nein. So, jetzt schauen wir nochmal kurz rein. Passt. So, da würde ich sagen, runter. Warten wir eigentlich den ganzen Tag hier auf dem komischen Schreibtisch. Die rauchen der eine nach der anderen. Ja. Hat sich hier wohl nicht so herumgesprochen, dass es jetzt nicht so gesund ist. Längerfristig gedacht. Aber gut. Muss ja jeder selber wissen, ob er raucht oder nicht. Wissen wird es ja eh jeder, dass es nicht gesund ist. Aber gut. Einer raucht, einer nicht. Wie im richtigen Lim. Einer schiebte einen schweißen neuen Packard, falls sie es ohne zu fragen haben. Du hast es nicht gesagt. Du bist heute auf Feuer, nicht wahr? Sehr lustig. Komm schon, mein intensiver Protégier. Lass uns die Welt retten. Genau, retten wir die Welt. So. Hier haben wir eigentlich unser... Ähm... Ja, letztens habe ich auch, glaube ich, gesagt, das private... Ja, das... Private Dienstfahrzeug. Sagen wir es mal so. Oder die Zivilstreife, würde ich es mal nennen. Aber... Ich glaube, heute habe ich mal Bock. Wir fahren mit unserem alten Polizei-Auto hier. Und eigentlich die gleichen Nummer-Tafel um. Oder eh verschiedene? Nein, verschiedene. Jetzt setzen wir uns mal rein hier in ein offizielles Polizei-Auto. Der andere sieht zwar ein bisschen stylisch aus, aber... Macht ja nichts. So, wo müssen wir hin? Karte. Oder werden wir uns da... Achso, das ist ja gleich um die Ecke. Ja, das schaffen wir so, oder? Hier können wir auch ein paar Fahrzeuge freischalten nach hinten, oder? Nein, das lassen wir. Dafür haben wir keine Zeit. So. Pass es mal durch. Danke. Braut in Seattle. Hat ihn rausgeworfen. Ah! Ah! Ah, Mrs. Blake vom letzten Mal hat ihn rausgeworfen, okay. Gut zu wissen. So, die Steuerung, wie gesagt, ist leider nicht so der Hammer, aber wenn man mit ein bisschen Gefühl mit dem Stick fährt, geht das schon halbwegs. Ich meine, er hat etwas langsamer fährt auch. Ich meine, er hat etwas langsamer fährt auch. Bleiben wir mal stehen bei Rot? Gut. Wir machen mal den Gag. Und da vorne eine Baustelle, wie geil! Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Und das Signal noch ding. Jetzt ist grün. Wir versuchen hier mal ganz gechillt zu fahren, oder? Wie in echt. Da steht auch ein Polizeiautdner. Da steht zwei. Was ist denn das für eins? Moment. Moment, 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 Moment. Sorry. So, wenn es keiner reinfährt. Was ist denn hier? Warum ist denn da abgesperrt? Ja, da ist... Da ist der Tatort. Wie geil. Sorry, war gerade lustig. Ich habe nicht auf die Map geschaut. Ich dachte, warum stehen da zwei Polizeiautos? Und... Warum ist da abgesperrt? Ja, das Auto hat die Flagge. Vielleicht ist ein bisschen Diplomatik. Hat jemand das Auto touchiert das Auto seitdem du gekommen bist? Nein. Und der Jacob ist da da, da auf der Station, bevor ich hierher bin. Wir sprechen mit ihm in einem Moment. Gib ihm Zeit, um den Ort zu schauen. Klar, nimm deine Zeit. Er ist auch ein schmerzweiges Mann von einer Scheiße. ehrlich gesagt kenn ich das gar nicht moment jetzt hätt ich sollen vielleicht besser aufpassen sollen jetzt hätt ich besser aufpassen sollen moment so was hat der officer gesagt so hier haben wir noch mal gesprochen über seattle sie hat ihn rausgeworfen genau er hat die sekretärin gepumpt so schaut so aus mag mir da etwas mehr stolz zeigen stolz kann man mal fallen ja egal das brauchen wir nicht ja so im wagen sind flaggen könnte diplomatenfahrzeug sein stimmt der wagen des konsuls ist ein kleiner spoiler hat jemand das fahrzeug geprüft seit sie eingetroffen sind nein und dieser jacobs da drüben war schon hier bevor ich kam sprechen gleich mit ihm jetzt sehen wir uns hier erst mal um klar lassen sie sich zeit das ist sowieso ein alter verbitter der hurensohn um gottes willen was für eine aussprache hier ich verbitte mir das gut ja das ist komplett neu und das dürfte ein dlc sein vor dem paket dass ich mir da zugelegt habe ich kenne es nicht aber umso besser baseball schläger sehe keine verbindung okay das dürfte okay gut da liegt ein schlüssel oder ein zwanziger eigendorf und bros becker das ist ja nur die firma oder das ist ja nur die firma des schraubenschlüssels aber gut macht nix macht nix ich glaube die flaschen brauchen wir nicht ich glaube die flaschen sind immer standard dabei und die bringen nie was oder optimistisch stimmt ja wir gehen weiter so jetzt ist die frage ist es jetzt wirklich nur hier in dem abgesperrten bereich oder kann ich zum beispiel hier draußen auch noch mal nachschauen aber ich glaube nicht oder ich glaube da gibt es keine beweise was ist mit ihm hat er etwas gesehen vielleicht oder das ist ja genau schlecht ich schlecht ich so also mal hier eine nette dame ich glaube nicht dass wir hier noch so kehrt da zusammen und hat sogar noch die hochhackigen schuhe an finde ich interessant so die passen da auf sehr schön wir werden aber jetzt mal alles noch weiter mal rundherum durchsuchen bevor wir uns dann zum schluss noch ans auto wagen so aha ok jetzt ganz interessant werden oder was ist das zettel becher was ja ok zusammen gedrückt habe ich ja also mit ball ein auch nichts für uns ich glaube es wirklich relevante da sind auch die ding dabei oder diese markierungen eigentlich also außerhalb vom fahrzeug auf jeden fall und hat da mal unsere streichhölzer schon wieder hat dann irgendwann ach so irrelevant habe ich verlesen ja doch nicht okay doch nicht immer die streichhölzer aber das hätte uns ja vielleicht wieder was sagen können sie letzte mal was mit dir ja und die ideas check the car and the surround this is the crime scene we don't want anything das ja ist klar gut wir schauen mal hier außen am wagen da hat jemand den rad abgeschraubt ok stehlen die wheels ist für amateurs car ring würde es in einem wagen ja sehr eigenartig warum fehlt hier das rad uh ein argentiner nach der farbe nach nummer tafel ist auch weg wir müssen die registrieren um den wagen genau das müssen wir machen da werden wir wahrscheinlich anrufen müssen ein argentiner fehlt da eine flagge oder hm keine ahnung zum schluss haben wir auch noch das telefon und versuchen zu benutzen so jetzt schauen wir mal hier ok es gehören bei der argentinischen embassy Genau, der technischen Botschaft gehört der Wagen. Aber Nummer Tafel weg. Sehr eigenartig. So, Freunde, die Musik ist noch da. Ist da nicht irgendwo ein Typ, mit dem wir reden müssen? Ach, Kofferraum natürlich. Ja, na, ist klar. Hätte ich glatt vergessen. Es ist empty. Da ist doch einer. Nichts für uns. Ähm, noch ein Tipp? Ja, haben wir doch schon. Okay, da füttern hier das Reservierad oder so? Keine Ahnung. Aha, mehr ist da nicht, oder? Das ist das Einzige, was er macht hier innen. So, das ist natürlich auch ein bisschen blöd, finde ich jetzt. Man kann das nicht abbrechen. Das finde ich ein bisschen doof, diese Übersetzung. Na ja, gut. Irgendwas haben wir aber noch übersehen. Ah. Gut, die habe ich zwar gesehen, aber hier... Ja, hier hat er es nicht. Okay. Oh, da ist die Melodie, oder? Genau, wir haben alles. Sehr schön. Achso, von da muss man die Flanke... Okay, das muss man auch wissen. Gesehen habe ich es, aber ich habe es hier nicht aktiv... Also, ich habe nicht drauf gedrückt, weil es nicht... Ja, okay, alles klar. Ihr wisst Bescheid. Das Auto wurde in seinem Hintergrund, nachher alles. Genau, wo ist der hier? Also, was nächstes? Ihr dürft ihr sehen, was dieser Jacobs-Gerl hat zu sagen. Das Auto wurde in seinem Hintergrund, nachher alles. Ist er hier? Ah! Doch. Das ist richtig. Okay. Was hat sich jetzt passiert hier, Herr Jacobs? Letzte Nacht, ich war aus meiner Fenster. Ich würde mich auf ein Augenblick halten, was passiert. Ich kann das verstehen. Ich verstehe das. Siehst du dieses empte Lott? Verdammt, Kinder spielen hier Stickball. Sie sind immer auf meine Fenster, immer fragen, dass sie ihre Ball zurückgekommen sind. Können wir zurück zum Auto kommen, Herr Jacobs? Gehen Sie nicht, Sonny. Insofern, letzte Nacht sah ich diesen brand-spankend-neuer Packard auf Brücken. Okay, das ist ein relativ normaler Blick. Okay. Daran können wir uns ja schon mal halbwegs orientieren. Sie sahen, wer den Packard aufbrücken hat? Hell, ja, ich habe das gemacht. Ich sah drei verdammte Mexikaner, die da arbeiten gehen. Verdächtiger, Mexikaner. Ähm. Ich persönlich würde jetzt mal sagen, ja gut, wir haben eh sonst keine irgendwas Beweis oder irgendwas. Das ist die Wahrheit. Gehen wir nochmal auf die verdächtigen Latina-Zeit. Das ist die erste Tift nochmal gestimmt, Tom. Nachdem die Mexikaner zu verlassen. Du gehst nicht woher nahe der Fahrt? Nachdem ich ihn ausfahre? Nein, ich geh nicht woher nahe der Fahrt. Also, ehrlich gesagt, ich habe es so mal wie der Schad. Also. Wir schauen trotzdem einmal durch. Vielleicht hat er ja irgendein Schild oder irgendwas gestohlen. Nein, wissen wir nichts. Also, wir zählen uns an. Du fährst aus dem Auto. Als sie weg waren, hattest du dir selbst einen Schild. Ich war sehr interessiert. Ich bin nicht mehr gegen das. Also, was, wenn ich mich um das Auto nahe? Du kannst mich nicht über nichts beantworten. Hey, nicht. Passt. Okay, das haben wir alle richtig wieder gedeutet. Sehr schön. Möglichst Fahrzeug des Verdächtigen. Fahrzeug mit abondierten Teilen. Wir bleiben bei unserer Reihenfolge wieder. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Äh, ich würde sagen. Ja. Kaufe ich ihn ab? Ich hoffe, du siehst wie der Typ der Mann, der die Details bemerkt hat. Du bist richtig da. Das Auto war alt, aber es sah ganz neu. Ein Kandysprache-Apple-Rede-Pink-Job steht für ein Meilen. Was genau sah du sie genau an den Fahrzeugen gesehen? Sie waren auf den Fahrzeugen. Das ist alles, was es gab. Das ist alles, was es gab. Ja, es ist auf jeden Fall nicht die Wahrheit. Man sieht es wieder mal ganz eindeutig, wie er da reinschaut. Aber jetzt kann ich ihm jetzt im Prinzip den Beweis geben von der Fahne, dass ich sage, er lügt. Das ist die große Preisfrage. Weil die Fahne... Ja, oh ja, das müssen wir fast bringen, oder? Was steht denn, was steht denn da genau? Ich schon, äh... Schraubenschlüssel. Der, gut. Mit dem kann man zwar normalerweise kein Rad... Also mit dem hier... Normalerweise kein Rad runterschraufen, aber gut. Okay, sei es einmal dahingestellt. Äh, nur mal ein Schild, das fehlt er auch. Die Flagge fehlt er auch. Hm. Ja, theoretisch könnte ich ihm beides... Ja, weil sie sind... Ja, hm. Ja, ich könnte sagen, eine Lüge. Ja, aber ob er das... Das ist schwierig, Freunde. Das ist schwierig. Was haben wir hier? Wir entfernen mal einfach eine Antwort, oder? Das bringen wir jetzt. Ja. Ja, ihr könnt es mich auch gerne haben. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. So, Lüge. Aus. Warum hast du die Leistungsplatte genommen? Ich? Aber was würde ich mit Leistungsplatten machen? Du sagst, ich habe sie? Hä? Warum ist das jetzt durchgestrichen? Okay. Okay. Vielleicht habe ich irgendwas nicht richtig verstanden. Das war jetzt richtig. Okay. Vier von vier, ja, geil. Wenn du das Auto aus dem Weg bekommst, vielleicht kannst du zurück und etwas über die Kinder machen. Wie kann ich dir eine Maske bringen? Na ja, wenn das immer so gut ist mit dem... ...Istationspunkt, dann... ...na ja. Ähm. Was hat das noch gesagt? Jetzt habe ich es nicht gehört. Wir können Ihnen ja einen Schiedsrichter machen. Äh, wenn Sie mit dem Wagen fertig sind, können Sie ja... ...vleiht mal vorbeikommen und etwas... ...wegen den Kindern unternehmen. ...nein... ...nein... ...formale Aussage zum unterschreiben. Sie können bei Officer Dabot eine formelle Aussage unterschreiben. Alles klar. Gut, das hätten wir mal. Ich würde sagen, wir checken mal... ...um nach Hinweisen zu suchen. Nein, ich brauche keine Hinweise mehr. Wir telefonieren mal kurz. Feltz, batch 1247. 1247. How could I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop? One moment. Dewey Brothers Packard dealership. 629 Figueroa Street. Got it. Got it. Thanks, ma'am. Thanks, ma'am. Die ist ja ein Wahnsinn. Da fragt man. Egal was. Die Adresse vom Papa oder vom Kaffeehaus hier von der Werkstattbude. Und zwei Sekunden später hat die das. Wo hat... Wie, wie, wie? Hätte die Google-Werse, wäre die auch nicht so schnell, oder? Das gibt's ja nicht. Was? Renta ist noch für ein... Was rennt ihr jetzt noch für eine Musik? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Moment. Ach, du Scheiße. Bin ich ein Idiot. Er hat ja gesagt, er hat's dorthin gelegt, oder? Oder was ist da? Ja. Meine Güte. Okay, wir brauchen doch die... Diese Punkte. Gut, untersuchen wir mal. Okay, also wir brauchen einen Besitzer des Wagens. Ein komischer Vogel. Ich rufe John Madsen bei R&I. Diese Stimme. Achso, jetzt gehen wir wieder alles durch hier. Oh, okay. Okay, Notizen. Hm. Breite Post, tierlich. Okay. William Dewey. Dewey. Geschäftlich, ja. Okay. Das Buch haben wir uns ja nur einmal angeschaut. So. Gut. Eingesteckt. Perfekt. So, die Melodie wieder. Ja. Alles klar. Gut, auf das hätte ich können doch selber kommen. Ja, das war ein bisschen schlecht von mir, muss ich sagen. Das Telefonzeichen. Ist das jetzt generell da, oder kann ich da noch einmal anrufen jetzt? Oder wie ist das? Zu wurscht. Einmal berühren wir es einfach noch, falls ich, dass ich nichts übersehe. Vielleicht haben wir da noch von dem Kontakt noch irgendwas her. Oder ist es... Phelps, 1247. Wie kann ich helfen, Detective? Wie kann ich helfen, Detective? Können Sie mich nach Michigan 2458, bitte? Na, sag ich doch. Connecte ich jetzt. Schauen wir mal, ob das Befolge danach auch noch da ist. Oh. Oh. Hallo, kann ich dir helfen? LAPD, Frau. Kann ich mit John Madsen sprechen, bitte? Er ist der Schäuble, Officer. Was ist das denn? Ist er in Ordnung? Wie alt ist dein Junge, Frau? Er hat gerade 16. Er ist die falsche Person, Frau Madsen. Sorry, dass du dich verhörst. Okay. Messages, please. There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number, Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him, we'll be in as soon as we can. Thanks for your help. Okay, ich will auch schon wieder engartig aus. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. Sehr schön. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs and I'll read your report back at the station. So. We can visit the Packard dealership or head back to Central and interview this Valdez-Character. Your call. Mein Call ist das, was wir jetzt untersuchen. Genau, also ich warte aber noch auf Speichersymbol, Freunde. Und ab da werden wir dann weiter machen. Ja, sehr schön. Ein neuer Fall, den ich noch nicht gesehen habe. Das ist ja, wie geil ist das denn bitte? Wie gesagt, bis zu den Branddingern habe ich es ja eh schon gespielt. Also da kann ich mich immer noch so an Teilweise erinnern. Ja, aber hat der Junge hier das, oder haben die irgendwie das gestohlen? Und, 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 und. Die Flagge hat hier vielleicht, keine Ahnung, nur so einer runtergerissen. Ja, alles möglich im Prinzip. Und da vorne ist er schon. So. Detective, also Officer, wieder schauen. So, wir brauchen noch ein Speichersymbol, dann, dass wir dann hier zum Ende kommen, dieses Partes. Hier haben wir unser Auto hingestellt. Schade, der, nein, jetzt sind die anderen zwei Autos hier weg. Die anderen Polizei Autos. Schade. Jetzt müssen wir schon mal noch was quatschen. Beziehungsweise speichern. Ich will mal, ja, ich will ich, ich bleibe hier auf der Liste. Und wir fahren hier mal hin, genau. Beziehungsweise wir könnten auch schauen, wie weit das weg ist, oder? Kann ich mal so weit, was ist das? Was ist das? Achso, das ist der Fall, ja, okay. Hier ist unser zentrale Revier und da müssen wir hin. Das heißt, wir werden Genau, die Figueroa, wenn wir runterfahren. Gut, wir können aber auch da abbiegen. So. Jetzt haben wir es eilig, weil der Bart ist zu... Wow, meine Güte. Da laufen die Arbeiter weg. Von der Werk, von der Baustelle. So, da brauchen wir jetzt aber einen neuen Punkt. Die Olive. Zur sechsten, wenn wir abbiegen. Kurz lesen. Die muss er stehlen, die dann behalten, ja, gell. Da hat er recht. Da hat er recht. Nein, wir haben nichts zur Verfügung. 437 E. State Street, Unit für Händler, Code 3, Identifier. Da fährt er da rüber, der Depp. Das gibt's ja nicht. Oder fahren wir automatisch immer rechts. Moment, hier haben wir eine Sehenswürdigkeit. Da haben wir die schon notiert, anscheinend. Sonst, jetzt ist die Ding weg. Wenn das schon so ein Frutapparat ist, nehmen wir das natürlich gleich einmal mit. Oh, ich will euch noch speichern, Leute. Hier muss es ja irgendwo sein, oder? Ja. Autos. Dewey Bros. So, wird jetzt gespeichert, Freunde. Dann können wir da gespannt den Part beenden. Oh. Kehl ist lecker. Kehl ist lecker. Kehl. Ja. 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 Gespeichert haben wir. Ich würde sagen, das war's. Oder was machen wir jetzt? Okay, es wird wieder hier in der Werkstätte durchsucht. Das, Freunde, gibt's aber im nächsten Part. Endlich ein neuer Auftrag. Den kennt ihr wahrscheinlich auch noch nicht, falls ihr das Spiel kennt, eventuell. Oder ihr habt dieses Gesamtpaket. Das könnte natürlich durchaus sein. Ja. Herzlichen Dank. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, der Speicherpunkt ist wirklich da hinten. Aber ich glaube, wenn das im Boulder war, müsste das an und für sich schon ganz gut passen. Genau. Dann herzlichen Dank fürs Einschalten. Liebe Detektivfreunde, wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn's wieder heißt How can I help, Detective? Colt Phelps. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.